recht herzlich willkommen zur zwölften folge von minecraft notfolge oder wir sind schon bald so weit dass wir keine notfolge mehr machen müssen sprechen wir gleich drüber ich begrüße aber erstmal den knoller der hier auf der kiste steht ja wir sind jetzt ein bisschen schon länger dabei ja notfolgen zu machen und stellt sich bald die frage ob wir das mit aprisus noch hinkriegen weil aprisus sich jetzt irgendwie momentan ja wie soll ich sagen bedeckt hält sich uns gerade nicht antwortet was sache ist und ja zurzeit brauchen wir das bald schon keine notfolge mehr nennen auf holz kann man pilze setzen klar raumstämme baumpilze kennt sie nicht okay ein bisschen was ernten was haben wir denn hier draußen in der kiste von acht getreide okay da fehlt aber was für brot ne drei getreide ein brot oder wie war das ne ja stimmt samen habe ich hier aufgesammelt ich habe aber noch was zu essen dabei so ist nicht ja man kann es ja abwerten das fertige ne ja kannst du ja machen ja und ich bin aber überlegen da ich so viel hunger habe und da mir das auch so oft geschrieben wird dass du mal was ist vielleicht gut was essen sondern dass ich vielleicht eine weizen farm anfangen zu machen zu tun okay das war falsch das war auch falsch erst mal den stein abbauen ich bin voll gut aber ich gebe trotzdem eine pick axt habe ich überhaupt eine ich bin der becker keine axt super keine keine spitzhacke so heißt das dinge so dann muss ich mir mal eine basteln ja und stickys habe ich auch noch wofür habe ich so viele stickys irgendwas hatte ich bestimmt vorzubauen und fensterscheiben haben wir auch noch ganz viele was wofür waren die denn gut hatten wir da was vor mit ich kann mich gar nicht entsinnen jetzt oh es wird dunkel draußen wir sollten schlafen gehen gerade das weg ach so nee das nicht wirklich brauche eins fällt mir gerade so eine nach egal jetzt muss da wieder was hin pflanzen auf jeden fall wird dafür aber einer hallo welches fällt aber ich habe ein zimmer der tür da kann man wahrscheinlich schlafen oder ich weiß mal fünf kann man schon breit machen ich schon im bett fünf felder breit das weizen fällt ich weiß nicht wie es ist wir haben ja draußen zwischen dem weizen dann auch wasser geht das ich weiß gar nicht wie das geht hast du recht egal ich mach jetzt mal fünf pistens man kann immer noch was ändern ich denke erst mal schlafen oder ich bin schon im bettels und dann sind wir wieder wach ich stehe dann immer auf mit dem kopf in knolle wo ist der zombie da er verbrennt schon eine hexe aber nein nein sieht nur so aus wie nur so aus interessant aber scheinlich will ich das haben mich okay hier ist überall angepflanzt das heißt ich kann die körner erst noch weg tun so und vielleicht vielleicht ein bisschen dreck dann wollen wir mal gucken wie wir das hier gestalten habe wo machst du zu gut was hatten wir noch vor gute frage also eigentlich irgendwas dreck da ist noch ganz viel dreck das brauche ich nicht doch den griffel brauche ich sogar noch passt wir haben kühe wir haben schafe schweine haben wir gar nicht oder doch schweine haben wir eins brauchen noch ein zweites dafür bräuchten wir möhren haben wir aber nicht oder möhren brauchen wir dafür die haben wir nicht aber schweine liefen hier ganz in der nähe rum vielleicht kann man die so reinschieben hast du ein eimer könnte sein dass ich ein eimer ja ich habe ein eimer okay ich sehe auch ein schweinchen und ich sehe auch zwei schweinchen wird nur schwierig die bis dahin zu schieben wahrscheinlich siehst du das hier und hier ist auch noch ein zombie der machte ich glaube sollten wir den sollten wir hier vorne diesen berg hier abtragen und da die farme machen oder so oder seitlich meinte oder 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 wo der schwein hier ist aber das ist auch so nicht hoch eben nach ich mache mir einfach eine schaufel mal hier wo ich jetzt hier stehe so erst mal meine schaufel wirklich reichen aber ich mach mal hier was machen wir hier gute frage soll ich mal hier was weg machen also das ja abtragen oder wie das hier kann man auf jeden fall abtragen aber die na ist egal das passt ja noch okay dann helfe ich dir mal jeder schneller dann voran ich wollte nicht so das problem sein hier ist auch noch ein bisschen sand das heißt geht hier noch schneller ok dann können wir auch noch glas machen in anführungsstrichen haben wir nicht genug haben wir nicht genug ich habe nur 45 scheiben noch dabei jetzt habe ich schon zu tief gegraben wahrscheinlich oder passt das noch ich glaube ich gerade mal einmal so gerade durch nee das passt noch aber darunter ist irgendwie stein das stört nicht und jetzt ist meine schaufel kaputt gegangen das rosa schaf ist hier super das muss ein anderes sein recht mehrere damals nachwuchs ja weil ich habe das gerade erst abgeerntet sage ich mach das war ich noch nicht durch aber eigentlich bräuchte ich noch nicht zu machen da wollte ich hin jetzt brauche ich was eine schippe habe ich schon die habe ich nur da oben alles klar dann passt ja den weg umsonst gemacht aber nicht so schlimm kriege ich schon hin auf geht's weiter auch kaputt m so diese reihe noch aushalt ja glaub schon okay diese schafft es aber nicht mehr pro kuh geht weg du brauchst jetzt hier nicht sonst kriegst du mir die schippe ein wenn man es klang nein diese hat es auch noch geschafft was will die kuh jetzt von mir dass sie direkt bei mir nebenan steht die markt ich habe doch nichts in der hand was fleisch ist oder nein wir wollen fleisch achso deswegen habe ich es jetzt geschlachtet was essen die kühe noch ähm weizen und dann werden vermehren die sich oder was jo ich habe jetzt mal hier eine dingstin gemacht eine werkbank okay nur da oben ist sogar ein apfel immer eine eisend ich glaube das war das letzte eisend egal ich habe aber noch eisend ne okay dann geht's oh die schippe ist kaputt ich glaube jetzt brauchst du mir aber nicht mehr helfen drüben ist auch noch ein stück ne auf der anderen seite von dir das schaffe ich jetzt machen wir eine neue schippe erst brauchst du gar nicht oder willst du eine für dich haben ich habe überhaupt keine ne denn wäre es vielleicht sinnvoll eine zu haben oder okay und äh ich denke nicht dass wir irgendwo noch welche haben oder brauchst du eisen oder was nein nein ich habe schon alles eigentlich so den apfel äh brauchst du den einmal noch oder nicht der inventar ist voll einmal ja den brauche ich für wasser holen okay also direkt nehmen an also passt das weißt du habe ich gerade das habe ich gerade den dreck aufgenommen oh das rosa schaf steht ziemlich nahe vor unserer tür dann würde ich doch mal gucken ob ich das rein kriege oder nein jetzt läuft's weg das doofe vieh shit das ist rosa das sind eigene ansprüche ich will nicht einfach mitgenommen werden aber ne kriege ich doch nicht rein ist zu weit weg jetzt egal okay da ist alles weg das sieht doch schon mal gut aus oder hier schlage ich gerade noch ein paar bäume gut gut so jetzt muss ich zählen hier ist der eingang hier ist der eingang warte ja ich bin ich schlau gewesen wäre ich so weiter links gemacht aber das geht schon so ne das will ich auch nicht hm 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 1 2 3 4 5 hab ich noch 3 Zäunen hingelegt ne 2 3 4 Ja. Kannst du denn aufnehmen? Was machst du mit dem Klotz da jetzt? Der ist für die Farben wichtig, oder was? Ja, da kommt der Zaun hin. Okay, ich hatte noch drei, wie gesagt. Soll ich noch welche machen? Kann ich auch machen, wenn ich hab noch Stickys und so. Ach, das war ein anderes Rezept jetzt irgendwie, oder wie war das? Ja, mit Brettern. Aber hast du Stickys? Stickys hab ich. Kannst dann hier hinkommen, weil ich hab jetzt ne Werkbank. Ah ja, du hast ja ne Werkbank da, genau, dann komm ich da hin. Okay, das Holz kann ich erstmal sowieso zu Brettern machen, denk ich, ne? Also jetzt möchte ich hier gerne. Und so. Hier ist dann die Mitte. Ähm. Ach, das ist ein Gartentor, super. Zäune funktionieren nun wahrscheinlich andersrum, ne? Muss da nochmal warten? Wer muss warten? Du. Warum? Mit den Dings. So, hier möchte ich eine Reihe freilassen, dass man da lang gehen kann. Ne, da kommt der Zaun. Das ist auch du. Ich mach Zäune, ne? Ja. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Ah. Okay. So. Da soll Wasser rein, geh ich von aus. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, dass wir machen erstmal wieder zu. Äh, möchtest du die Zäune haben? Ja, kannst du mir gerne geben. Shift-Kuh war es nicht. Aha, jetzt hab ich's geschafft. Steuer und Kuh. Du hast da alle 30 Stück waren das, glaube ich, oder so, ne? Ja, ich brauch noch den Eimer. Ach so, ja. Soll ich da Wasser reinfüllen, kann ich auch machen. Ja, kannst du auch reinmachen. Ich glaube, wir gehen aber erstmal kurz. Und es wird schon wieder Nacht, ne? Genau. Ich seh's auch gerade. Gut, okay. Dann laufen wir erstmal zum Haus. Ich bin hinter dir. Kannst du die Tür auflassen? Okay, egal. Kommt hier kein Viech raus. Nee, eigentlich können wir die zweite Tür erst offen lassen, ne? Habe ich auch gerade gedacht. Na, komm schon. So, gehen wir erstmal proben. Jetzt bin ich in deinem Bett. Ist egal. So. Und da sind wir schon wieder wach. Geht's so, okay. Ach, hier kann man gar nicht so rumgehen. Sollten wir hier rumgehen können? Um's Haus. Hier einen Durchbruch machen, wo die Fackel steht bei mir am Hauseck. Weiß nicht, ob du es von dir... Äh, kann man rein theoretisch machen. Ach, komm, ich lass es erstmal so, ne? Wer weiß, was noch wird. Ach so, da hinten, wo du bist, da haben wir... ... die Fackeln jetzt natürlich auch alle weggenommen. Dann stelle ich erst gerade noch im Zaun ein paar Fackeln nach. Ach, schon gemacht. Ach, super, das war das Falsche. Ich habe aber keine Fackeln mehr, richtig. Ja, ich... Ich hab's auch. Wäre gut, wenn jetzt Wasser hier drin sein würde. Ja, gut, ich komme daher. Okay, Wasser gibt's hier unten, ne? Aber ich möchte das gerne... Hier neben rein, ja? Mhm. Und wie viel, egal? Ja, warte, am besten gibst du mir, weil... Ähm... Jetzt musst du hier hinten eins hinmachen. Jetzt musst du hier in der Mitte... Ja, ich hole gerade wieder. Hier in der Mitte, wo die Beine jetzt schon da sind, da kannst du eins reinmachen. Hier? Ja. Jetzt kannst... Nee, da passt was nicht. Nee, da hast du was falsch gemacht. Ich glaube, hier ist das Wasser falsch dran, ne? Da war es, glaube ich, falsch dran. Das muss da hin, ne? Genau, jetzt kannst du hier aus der Mitte einnehmen. Hier aus der Mitte, wo das Wasser schon glatt ist. Nee, nee, das... Oder doch, das geht. Das passt. Und da rein, ne? Genau. Jetzt passt's, oder? Jetzt hast du eine unendliche Wasserquelle rein, theoretisch, glaube ich. Mhm. Ich könnte jetzt hier Wasser rausnehmen, meinst du? Tatsächlich. Eigentlich schon. Ja. So, warte. Mal da weg. Also ans Ende kann ich schon Wasser reinmachen, ne? Genau. Nee, das geht nicht. In der Mitte geht's aber, okay. So, dann möchte ich hier die... ...Dings haben. So, das Wasser ist dran, ne? Zwei rein. Du musst da auch Wasser rein? Ja, hier hinten muss auch... Ne, hier hinten muss... Ah, da ist wieder ein rosa Schaf. Irgendwann fange ich dich noch. Warte, hier unten darf noch kein Wasser rein. Ähm, ich brauche erstmal meine Spitzhacke, muss hier noch einen tiefer graben, glaube ich. Zwei Reihen und da muss ich da mit der Hacke arbeiten und kann ich schon anpflanzen, oder nicht? Aber ich habe keine Körner mit, ne? Doch, habe ich. Soll ich hier schon Körner pflanzen? In der Reihe? Ähm, du kannst hier, wo das... ...dings liegt, kannst du schon mal ein bisschen Wasser drauf machen. Was, der Kies da unten? Mhm. Da soll Wasser drauf. Genau. Wahrscheinlich mache ich das total falsch, weil ich keine Ahnung gerade habe. Wir werden zu... Nein, nein, da war ja noch kein Kies drin. Ach, das wusste ich nicht. Aber da kannst du trotzdem noch dran arbeiten, weißt du, ne? Ja, aber es dauert halt nur länger. Gut, dann jetzt. Jetzt kann Wasser rein, ne? Ja. So. Weißt du, was ich jetzt machen möchte? Ne. Ich doch. Reingehen. Ja, warte, ich mache jetzt eher noch die Reihe zu Ende. Da muss auch Wasser rein. Genau. Da mache ich doch noch zwei. Oder eine. Passt. Oder? Sieht in der Reihe irgendwie anders aus, wie in der da hinten. Hm? Warum sieht das anders aus? Wegen unendlich Wasser. Diese... Ach so, da vorne ist schon umgegraben, deswegen ist es tief flacher. Das Gelände. Soll ich hier Körner hinpflanzen? Kannst du gerne schon mal. Wir haben aber schon mal... Fünf Stück Kabel, nämlich. Ich kann aber noch welche holen. Wir haben noch welche in der Kiste. Aber, ich sage mal ganz ehrlich... Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen, aber... Ja, lass uns das jetzt hier erst beenden. Ich denke, wir haben beim nächsten Mal noch genug Zeit. Die Sonne steht direkt über uns. Dann machen wir jetzt hier erst eine Pause. Genau. Jo, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.